ja um die Brüder und da bleibt uns wohl nur das Spiel schnell weg hier bevor wir wieder ziehen unterstrengen was sind jetzt gezogen hat übernehmen wir sind immer noch im mieter oder alter der so schnellen Sporne heil heils beides heil und zweiter machen ein und zweitemal er hat dabei sie schlägt mich auch nicht mal weiß schon was ist ich war eben werden doch so war nicht glaube ich so toll kriege ich dich nicht gehalten ich habe ich gerade nicht zur verfügung er ist nur ein schon dabei du hast du gezogen was ganz ganz klasse er war so schnell weil ich hatte die nicht was nun zu bezogen ich hatte nämlich nicht Ey, der war ja so schnell wieder da gewesen. Also jetzt mal ganz ehrlich, der war viel zu schnell wieder da. Bist du von ihm heilen? Ja, macht's mehr. Ja, Mann, das ist jetzt langsam empty. Aua, das ist natürlich doof, wenn das passiert. Aber der ist echt zu schnell. Die sitzen da schafft, ich muss mal ganz ehrlich sagen. Und letztes Mal Mama leider wieder leer? Ja, reicher. Ich krieg das nicht mehr, wir sind ja. Das подар Pandemius. Ich hab mich nicht mehr vor. Ja, ich hab mich nicht mehr, wir sehen uns auch auf dieرباح strips. Ja, Mann! Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht mehr, ich hab mich nicht mehr zu. Aber ich was fang nicht mehr, ja. Ich hab mich nicht mehr davon aus danach. Ich hab mich schon mal gemacht, die Ich hab dich nicht mehr drauf. Na, Mann, ich hab mich nicht mehr auf. Das muss mir voll sein, soweit. Also fast. Das war die ganze Zeit. Naja, ist halt. Das war die ganze Zeit. Ja, jetzt haben wir gleich runter. Wir haben ihn dann runter. Den zweiten Mann also. Ja, ja. Ja. So. So. Jetzt halte ich mich aber auch mal hoch. Äh, das, äh, warten. So. So. So, zurück. Guck mal, ob wir nochmal gehen. Und middle tier. Selten, äh. das ist ja das scheint dann noch gar nicht mit rechnen wir wollen nur dort hatte ich die Fülle die Wahl wo es das tut die Kutzer Stummiger zu machen und ja wir müssen ja auch noch hier diese komische Schafe oder was da ist sie in der Runde und ich drück auf die Ohren was mit deinem Ohrenschirm von Erkältung oder was ja sind zum blühen Druck drauf das ist ekelig hier so auch noch um was muss ich jetzt hier mitmachen Sturm Jungen Welping dafür für für was für die Sturm jungen Weltlinge die Sonne abwerfen Fisch ist Prozent nach an steigen mit 40 prozent aber schon es ging dann auch direkt zum Boden das ist lustig noch Spaß schon mal anderes weggelegte Sohne das das du noch weg du kannst noch mal einschmeißen kann das sein ja aber es ist lustig ja auf jeden Fall das ist mal was anderes ich hab doch wir haben doch vorhin noch den Boss da gesehen ach Boss den seltenen ja ja jetzt nimmst du wieder den Stein was ich töte hier mal ein paar Ziegchen die brauchen wir nämlich ja noch jetzt noch ein Stein erst nehme ich den Stein na dann zieh ich die Zieglein Zieglein an der Wald Zieglein Zieglein der du bist am Walde du du jetzt ist er da ja ja auch die Wildtiere sind heftig ich also zehn habe jetzt von 18 irgendwo war noch der Boss ich sehe echt Eier da glitzert irgendwas ach ich sag mal Post aber ist gekommen Boss er soll man erst den ja ich wollte nur eben hier die Eier mit holen weil sonst gleich finden wir sie immer wieder aber hier sind noch zwei Schafe ziehen die Oma auch noch mal eben da ist nur eben komm ich komm ich da hoch ja 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 jetzt hat man versucht ja das denke ich auch vielleicht ist der da mächtiger oder so sonst ja ja muss man halt warten bis andere Spieler mal kommen so der war unten genau unten genau in die in der ich hasse nur die Ansicht ne ja mittlerweile also dass du die auch nicht verstellen kannst das nervt voll voll engst das solange und nicht die 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 auch gerade und kommen direkt zu stehen und schwerer werden muss und so so ihr werdet so oder so schwerer also von daher alter warum habe ich schon wieder hier sind 4 es ist noch tiefer er geht das war hier und andere oder natürlich kommen die Beine aber nicht das ist wahrscheinlich und die irgendwie rausziehen ich guck gerade ich versuche gerade mit meinem Blitz jetzt hier so ich komme raus Achtung ein Viechvollster auf jeden Fall und ich hab den auf jeden Fall die macht mir aber nicht so viel Schaden das ist der nächste kommt auch direkt aber einer läuft da noch rum so entziele ich auch noch mal raus ich versuche in den alten daraus zu ziehen ich habe ein bisschen weiter vor der höhle ja Achtung ich hier macht mit schicht auch zwei nein echt da war noch zwei jahre verkehrt weil jetzt muss mir daraus gelöst haben wir nur gefolgt ja die ganze zeit so ich erst versuchen den einen hier ausziehen ja deswegen so ich versuchte zu tun ich muss hier ein bisschen vielleicht ein bisschen näher an mich dran lassen auch schon so da hast du agro wer ist das jetzt die gewaltt stücke ähnlich ich hab noch jeder tote aufgestellt so steckt vorsichtig darüber rennen da kommt doch nicht einmal zu ja und er war der Raum jetzt vorsichtig und vorsichtig wird irgendetwas jetzt betrifft er mich aber jetzt feiert er nicht mehr mit die dritte oder der wacht liegt der wünscht auch der feiert wird ja ja das ist aber ein anderer weil ich versuchte zu heilen das ist so da kommt schon da kommt schon einer haut ab oder die der ist oh scheiße muss wir müssen schon mal ein bisschen aber das ist noch weiter dazu gekommen ja ich habe aber keine ich habe keinen Mann mehr wir machen selber so das ist echt hässlich hier wird agro ich habe agro Teil von der 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 vor ich bin kurz vom sterben würde muss sie ihm selber wollen das ist sicher gerade der hat jetzt wird uns erst darum den der 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 die aus der gelb im den der reich er wird beteuten und ich hatte er er hat alles mich der haut einmal richtig was so akkord drauf so das heißt der macht in der zeit mit ganz vielen schlägen ganz viel schaden und hat man jetzt alle was von genau und das hat fang gewacht also wenn du mit mir dabei warst hätte ich das nicht geschafft ich habe die ganze zeit akku gehabt immer anschreiben mit einem braucht man nicht wollen alle haben sagt so sprach wieder dafür die anflüsst das geht das nur n er lief also wir haben das jetzt fertig jetzt müssen wir gucken wir wollen dass die hausersicht du bist du so ja ich habe mich jetzt da so schaust so dadurch die Berge ja durch die Berge dann noch als Tiergestalt ist Prozent sehen das ist ich sehe manchmal nur Wiese Wiese auch eine Wiese ist so schön was und auf meinem Kanal seht ihr heute Wiese 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 ja ist wirklich so ich sehe dann echt fast nichts ich sehe keine Gegner ist sie gar nichts deswegen auf dem Berg ist es noch wahrscheinlicher dass ich echt viel ziehe inzwischen eine Wiese sind ja auch mal Wiese so 94% ja ich muss dann immer mit der Maus was sind die gehalten in der Richtung so so 600% so dass ich was sehe so so ich jetzt nicht getötet aber wir haben geholfen ja weil ich kann sagen so war noch irgendwann Steinberg Jürgen ich wünsche ich spiele ich finde ich ja auch ein nicht mit guten Drachen ja aber abgefunden sind vorhanden 108 erreicht ist noch nicht wir brauchen die Orden Ressourcen und von Ressourcen genau die Woche so nicht und die Ordenshalle und zwar ist es hier auch so weit hier zurückreiten den schönen ganzen den richtigen zu warten sich das ist echt schmerz das Ressourcen jetzt nix was mit dem Ruhigen müssen für das war offen wie ich zurück und ich bin ich denn ja es ist eine gute Frage so halbwegs da was nur ich folgende ein Punkt war so unauffällig war er brauchst du ja ich wieder zurück gefunden er ist sicher fast gar nichts das ist echt gewünscht sonst und welchen Punkt du gerade folgst auch er war die Weg dann warte ich doch noch mal eine Stunde oder so die Postkurs mein und fies und doof war und das kriegst du alles zurück warum müssen die jetzt nicht ich jetzt gar nicht mehr ich bin schon ich war zu ihm zu zeigen so durch Jo auch von durchrufen wenn wir uns nicht verhalten worden das kann ich nur durch da wurde zu sagen was war ob für sich noch noch so ein Schiffen wenn sie nicht hier meistens ich habe vorhin 100 1er gesehen das war süß aber es ist auch verdammt schnell muss man ganz ehrlich sagen also ich finde das ist echt heftig bis zum feiten aber mir fehlt immer noch die geschichte von elitaren nur einmal so jetzt gibt's darfst du die geschichte niemals spielen selber auch schuld nein aber ich bin so gespannt ach hier runter aber jetzt mal ganz ehrlich das ist das spannendste vom ganzen du wirst sie nie erfahren weil du wirst sie als sie halt nicht spielen darf ja auch und wenn ich sie ja so nur spiele knicken sag mal tschüss internet wer ist inzwischen wahrscheinlich schon drachenfutter nix nie wieder was zu essen seid euch nicht so sehr habt ihr meine traufe hier schon so andere seite ihr konntet ihn also erlegen man da werde ich diesen tauren aber neidisch sein wenn sie zurückkommen natürlich müsst ihr auf euren anteil warten bis die tauren wieder da sind und ich und ihre wettschulden bezahlt haben aber bis dahin habe ich schon ein schönes neues ziel für euch quest beendet wie auch immer so ist der andere da sei er natürlich ist das echt so vom falschen und nehmt nur das beste ihr seid zurück ich mein ey ihr seid zurück nun die tauren sind immer noch nicht wieder da aber keine sorge ich nehme euch das gute zeug ab ich zeig euch mal ein paar schöne waren ich schon wieder was ich schon wieder ordentlich was auf die rippchen während wir hier warten könnt ihr uns ja vielleicht was zum essen besorgen die tauren hatten zuletzt nicht mehr so viel fleisch deswegen hätte ich sie wahrscheinlich dankbar ein bisschen mehr davon zu bekommen ich habe gehört dass die moschus reppen eine örtliche spezialität sein sollen die wilden moschus schirsche auf dieser seite das ist lustig sind viel zu mager und bieten kein gutes fleisch aber auf der anderen seite gibt es ein paar richtig fette so richtig mega exemplare ich sollte euch dort mal umschauen und keine sorge ich bin mir ziemlich aber sicher dass die hier drüben keine drachen gibt sammeln acht fleisch annehmen und der andere hat natürlich auch wieder eine quest was ich aber geil finde dass jetzt schon so durch die ganzen updates immer was dazu gekommen ist auch an quests hä ja das zweite t das zweite ziel ist ein basilik namens stein zahl er lebt am ufer des nahen gelegen flusses ich habe einen größeren betrag auf ihn gesetzt wenn ihr ihn also erlegen könnt winkt euch schöner anteil zum beweis müsst ihr mir seinen kiefer bringen und beeilt euch davor die tauren ihn kriegen äh bevor die tauren ihn kriegen was sagen wird das wieder die Elite fisch natürlich sind ja so wo ganz er sich wo soll denn ich habe die kiste gefunden wirst du ist die kiste kiste wohnung im dringten screenshot machen hier und so wir haben das zu machen wie du machst du schon auf die ich mache so und so wo es gibt so wo es gibt so wo es gibt die Güte die Güte die Güte gespeichert halbübzeln so Kiste aufmachen o die Fakt macht zu acht und zu so was eklig ist verdorbene stinke käse hört sich doch lecker an oder da kriegt man richtig sugar ja natürlich aber warte mal eben die Artefakt macht direkt habe ich schon direkt ich nicht direkt schon ausgewählt so achso in diese Richtung muss ja sein ok echt? äh ja ich komme da nur nicht rüber also du kannst aber hier schlechter durch die ganzen äh Digger reiten wie sonst also über Welt und Tal ja steile Narben äh Schlucht äh ja ich sehe glaube ich jetzt bis zu ich hier unten da sollte man hier gibt es aber Wege noch eigentlich normale reguläre Wege glaube ich sie dann aber schon auch schon der Lichter da und schlägt natürlich ist es ein Liede und hat sieben da es ist vor allem so ja ich finde ich nur nicht das ist das ein Gott ist und dem nicht oder wird muss auch voll ich es ist ich bin irgendwo so um welchen Rechnung oder wird ja ja also ja nicht bekannt ich Rutscher hat uns voll und haben wohl ja jetzt also die Fächter muss runter müssen du ach du bist ganz da unten gerutscht ja aus Versehen oh dann viel Spaß da unten nee du kriegst eh nicht alleine platt ne ne aber du bist voll also da jetzt wieder irgendwie wieder zu mir zu kommen wird ein Abenteuer dann ruf mich doch einfach wie soll ich dich denn rufen hä ich doch wiederbeleben eigentlich ach so du bist tot ja ich glaube du bist zu weit weg ich muss näher ran du musst zu weit weg ich muss näher ran ich hab dich nachher nicht mehr gesehen du bist einfach zu schnell weg ja aber du wie Sponsor da unten ne ich bin ne ich hab mich nicht dran muss einfach zu weit weg von mir muss der Geist freilassen und da wahrscheinlich direkt ja ne Musse du musst direkt dein dein Leben wieder äh muss ich beim Geist direkt wiederbeleben lassen dann ja liebe Freunde das war's dann für heute wir ich bin aber fast in der Nähe von meinem sterbepunkt Folge wieder und äh ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und vielleicht äh ist äh äh dann nicht mehr ausgeruht beziehungsweise nicht 75% geschwächt ja vielen lieben Dank fürs zuschauen bis demnächst tschaui euer tschüss